Ich darf Sie hier auf der FAKOMA recht herzlich begrüßen. Die FAKOMA feiert ja dieses Jahr ein kleines Jubiläum. Die FAKOMA wird 25 Jahre alt und auch von FRIMO dazu unsere Gratulation für 25 Jahre Messe. Und worauf wir natürlich stolz sind, dass wir zum Jubiläum mit dabei sind, wir, die FRIMO, hier mit unserem tollen Messestand, den Sie im Hintergrund sehen. Was bietet man auf einer Messe? Wir wollen natürlich unseren Kunden die neuesten Technologien und Errungenschaften zeigen. Wir haben hier Produkte dabei, Referenzprodukte, die wir in der Vergangenheit bereits realisiert haben. Aber wir haben auch einige Ideen dabei, um unseren Kunden einen Mehrwert für ihre Produktion liefern zu können, wie zum Beispiel Materialansparungen, Energieeffizienz, aber auch das Einsparen von Produktionsfläche, indem man Technologien und Prozesse kombiniert. Wir freuen uns, in Kürze hoffentlich sehr viele Besucher hier empfangen zu können, denn wir haben nicht nur unsere Technologien mit dabei, sondern wir schauen auch etwas in die Zukunft. Sie sehen hier im Hintergrund acht Technologiesäulen, acht Technologiesäulen, die unsere Produkte verkörpern. Und wir bieten hier unseren Kunden die Möglichkeit, nicht nur die einzelnen Produkte zu sehen, in 2D, sondern in die dritte Dimension zu gehen. Und wir würden Sie jetzt recht herzlich einladen, hier in den Messestand der FRIMO einzutauchen. Vielen Dank für's Zuschauen. Vielen Dank für's Zuschauen.